Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ihr wundert euch, dass ich anders bin. Ja, mein Schiff wurde komplett abgeschlossen, deswegen habe ich jetzt hier den Bau einer Klingster-Boomster-Auftrag und dann schnell die Aufnahme wieder gestartet. Also das ist ein bisschen schon passiert, sorry. Nicht mit Absicht. Und jetzt muss ich noch mal eben schnell ein paar Häuser auf Stufe 2 bringen, damit ich genug habe. Weil ich habe jetzt hier, damit die Lehmkackproduktion schneller geht. So, hier brauche ich 25 Boah, ich bin dafür. Wo ist denn noch ein Lehm? Minich hier unten. Das ist Eisen, das ist Kupfer, das ist Kupfer. Ja, kein Schiff mehr. Ja, wie gesagt, aus dem kommt so. Ich kann ja so alles löschen. Drei Warnungen im Schiff. Alles löschen, weiß ich. Wurde angegriffen. Ah, auch 10 Dinger. Dafür nicht, dafür wohl. Ich brauche überall vier Steine inzwischen. Das ist echt nicht mehr normal. Und weil ich will jetzt erst dieses, wie gesagt, die Werft bauen. Vorher, oder? Also warte. Eine Minute 30 Sekunden, das heißt zweimal Walzenfarm. Da brauche ich nur billige Arbeiter für 40 Stück. habe ich nicht. Also, äußerbar an. Äußerbar an. Äußerbar an. Äußerbar an. Äußerbar an. So. 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 Ja, das ist echt. Unglaublich groß. Muss das wirklich sein. Also. Jetzt eine Mühle. So. Und auf ein Mühle kommen zwei Bäcker rein. So verstehe ich das zumindest nicht. Ah, hier. Perfekt. Minus zwölf Bauern, minus zwölf Bauern. Da ist eine Straße, die da nicht hingehört. So. So. Boah. Huch. Rad verdrückt. So. Wollte grad sagen. Das nochmal bauen. Und hier nochmal ein Lagerhaus hin, weil das eine kommt ja jetzt schon nicht hin. so dann jetzt straßen jetzt habe ich das einfach das mal wieder danke jetzt hab ich auf ihr erzählt aha jetzt hab ich Kanonenproduktion und oh endlich also ich brauch einmal Eisen und einmal eine Kühlerei ok Kühlerei ist 30 und das ist 30 also eine Kühlerei und eine Dings oh oh ne neue Zeitung oh ah hm 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 als ich wieder zu mir kam waren die Leute und mein Artikel verschwunden der Zweck heiligt die Mittel war das jetzt schon Zensur oder bloß Politur hm oh halt's Maul ich mach das wie ich das will oder 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 da oder oder die 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 in die also zwei davon, eine davon kann also alle 15 sekunden 100 steht da 100 also alle 15 sekunden eine und das macht also 30 sekunden eine. das heißt wir brauchen zwei davon und eine eiselniesel wir machen erstmal nur bis hier so eine eiselnie hier oh was kostet die denn vier bretter und fünf steine da das ist doch noch top top tipptopp abdeckung so jetzt ein von diesen kodedingern wer das macht alle 30 sekunden genauso wie das so oh fehlen die baumaterialien für jetzt aber ach kostet drei so zuck perfekt jetzt eben hier noch so ein kostet das e5 so 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 Und das braucht wie viele Zehn, Hammer, okay. Wir fehlen die Rohstoffe. So. Das läuft doch jetzt auch. Dadurch können wir nämlich jetzt auch anfangen mit dem Inseln anschließen. Dann können wir nicht, wir haben kein Schiff mehr. Das heißt, wir müssen jetzt 25 auf 25 Steine einfach sparen. Also ich weiß, dass wir für Schiffe auf alle Fälle auch Segel brauchen. Wie sieht es mit Kleidung aus? Bleibt stabil. Alles klar. Alles klar. So. 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 Das sind nochmal 8, die mir da fehlen. Weil dann geht das ja auch alles echt schneller. Das ist so mein Gedankengitter dabei. Also finanziell sieht es gut aus. Wir machen 278 Gewinn. Das ist doch gar nicht schlecht. gut. Wieso? Alles voll. Ich verstehe. Okay. So. Das ist sehr gut. Hier wird auch gut produziert. Ernsthaft? Wir brauchen davon zwei, um eine mindestens zu beliefern. wo aber auch 200 fucking Leute verbrauchen. Den Abend verbringe ich gerne am Tresen mit meinen Kumpels. Ein Feuer ist ausgebrochen. So. So. Das ist unmöglich? mhm du erstmal nochmal ein coole ding ich glaube ich sollte die leute echt erstmal happier machen indem ich guck weil hier sind jetzt ja erst das hier vielleicht sei für ein bier ja hopfen hopfen ey die haben sie doch nicht mehr alle hopfen wir haben kein hopfen so jetzt müssen wir endlich wir können nichts wir können keine inseln erforschen nichts ohne ein segelschiff aber das ist eine minute das ist auch eins und da brauche ich auch hammer kümmern wir uns jetzt um den furst ein bisschen kümmern wir uns um den furst ein bisschen wunderschön Pfff, ich muss mir wieder erst ein paar Häuser bauen So, um, gut So, das ist doch tipptopp Da, 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 da hör ich nicht Ja, ich wollte grad schon sagen Oh, oh Bleibt stabil Das ist doch schon mal gut Ich brauchte doch noch, ich brauch doch 200 oder nicht? Wir sind viel zu wenige Spielstand gespeichert Ich weiß, dass ich viel zu wenige seid Deswegen kommen wir noch jetzt ein paar dazu Können wir wieder bauen, aber Kann ich Bin ich da hinten in der Ecke noch ein paar dran klatschen Okay, jetzt Können wir auch endlich das hier mal bauen Was dich angeht Muss ich leider meinem Instinkt vertrauen Ah ah Schmeckt Scheiß egal Ich hab nur noch 10 Ja, das ist ganz okay Das ist top Top Dann viele Dafür brauch ich Segel Ich hab nicht genug Bauern Wieso nicht? Ach, die Häuser sind noch nicht voll Die Klamotten und der Fisch Da muss Da muss ich erst noch einkriegen Und warte, die Produktion ist jetzt wie schnell Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben Neben all den anderen Witznahmen haben wir begonnen Sie unseren Meister Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor Jetzt Okay Gut Dann müssen wir uns jetzt an die Segelproduktion machen Also einmal Schaf und einmal DAT Schaf braucht 10 Bauern Wir haben nicht genug Bauern Das heißt, wir müssen gucken, dass... Die Kleidung reicht nicht. Und der Fisch reicht nicht. Lässt hier aber auch nicht auf 100%. Das heißt, gerade so noch. Fisch und Klamotten reichen gerade noch so. Und so. 50 Hämmer. Habe ich nicht. Ich habe viel durchgemacht. Ich war das nicht ganz klar. Die Kleidung kürzt es nicht. Das ist ja so schön schön. Die Wurst ist... Sobald wir die Schule haben, so tut das Problem noch geklappt. Problem ist, dafür brauchen wir 20 Metall. Wie lang... ey, wie lang brauchst du noch? Oh, die Arbeiten... Oh, jetzt sind alle happy. Die Schule noch gar nicht gebaut. Aber das ist doch gut. Steine 25... Das ist doch sehr schön. Aber, oh, ich sehe gerade, wir sind bei einer sehr, sehr lange Folge. Wir sind schon bei über 25 Minuten. Mach mal in Pause. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Let's Play. Am 0800 in der Open Beta. Bis dahin, tschüss.